Hallo und herzlich willkommen und hier wieder zurück zu Super Meat Boy mit mir, Bingo, Viva und ich habe jetzt off-screen sozusagen das Level geschafft. Jetzt ist es selber, Level bei Lichtwelt 2 ist von 20, Dunkelwelt, also muss ich noch ein bisschen was machen jetzt natürlich noch. Und ich kann jetzt in den Raum rein, ich habe es geschafft. Oh, geil. Hospital. Ich bin mal gespannt, was da jetzt passieren wird, ja. Ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt noch schwieriger und wir werden jetzt so richtig hart verkackt. Also so. What? Wie soll das denn gehen? Boah, muss ich da einen dollen Sprung haben? Einen dollen Sprung? Alter, okay. Auf jeden Fall ist das Ende. Ich habe es schon gesehen. Alter, das ist ja immer schwierig. Alter, okay. Aber wir haben ja genug Zeit. Ich bin an die Decke gestoßen. So, Alter, wie soll ich denn da drankommen? Nein! Ah, kacke. Ich habe es ja fast geschafft gehabt. Boah, jetzt ist das schwierig. Okay. Ja, ich habe es geschafft. Ja. Geht doch. Nächste Schlepper, bitte. Warte mal, ich versuche mal was. Ah, okay. Boah, das ist ja richtig tricky. Haha, nein. Alter, wie soll das denn klappen? Fuck. Nachbar ist es auf jeden Fall. Ich spring zu früh ab, ey. Fuckin' auf. Das ist ja unnormal. Nein! Mann! Lass da drin stehen bleiben, dass ich mich mal kurz einmal regenerieren kann. Oh, lieber. Du lieber Schleimbolzen, du. Decke 70! Oh, da war doch fast das Ende. Mano. Okay. Ach, das sind alte Spritzen sind das, ne? Ja, das ist eine alte Spritze. Ja, das ist wie eine alte Bombe. Aber was haben Bombe mit dem Spiel zu tun? Das ist ja jetzt kein hier. Das ist halt ein Blut. Ah, fuck. Ein Fleisch. Mann! Ich komme jetzt nicht mehr da rein, oder was? Jetzt. Ficken! Alter, wie schwierig! Nein! Oh, Mannu. Alter, wie, wie unnormal! Wie soll das denn gehen? Was? Alter! Alter! Ich weiß es nicht. Alter, das ist ja unnormal. Oh, jetzt stelle ich mir in meiner... Fuck die Hand ein, ey. Mann! Zu früh. Hiep! Wollte erst versuchen, mal so runter einfach. Aber das... Fuck! Tode, ich hier sterbe. Das ist aber so direkt. Wie soll ich denn da unten drankommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist denn da? Das ist irgendwie so ein weißes Ding, was da schwebt. Gucken wir uns doch mal genauer an. Oh, wenn wir nicht immer sterben würden! Ficken im Arsch! Leck mir doch echt die dicken Nüsse, ey! Da kann man drauf stehen bleiben! Bin da zu weit nur gegangen. Pfff! Was ist das gewesen? Oh, meine Güte, ja! Echt? Warum schwingst du denn da hinten, ey? Mann! Die Maus ist... Ah, die Maus sag ich schon. Das ist so sensibel. Das Spiel, guck mal hier. Warte, ich bringe ganz kurz nur. Ganz kurz. Zack. Und sofort ist der so wie so ein... Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Oh, das ist... Scheiße ist das! Da fliegt meine... Und ich weiß gar nicht... Ich seh's doch hier nochmal! Mann! Oh, ich muss echt zum... Doktor da irgendwann mal mit ins Krankenhaus, ey. Also, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja? Nicht, dass ihr denkt so... Scheiße, er geht nicht zum Doktor deswegen. Das ist doch was ganz Schlimmes bestimmt. Nein, das ist halt ein ganz kurzer Eingriff. Das ist halt nur... Das ist die verfickten Arterien. Da, wo du drin schwimmst. Oh, Meatball. Also Fleischgrößchen. Das ist doch unnormal! Oh, ja! Genau! Fickt mir doch die Henne, ey. Das Spiel, das ist Hammer. Frustgefahr nennt man das auch. Ich bin aber gar nicht drangekommen! Ja, genau! Ja, genau! Du bist so ein... Ach, ich bin da zu aufgeregt dafür! Mann! Dann rutscht der da auf der anderen Seite raus. Ne, 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 he, he, he! Das gibt's nicht, ey! Ja, genau, du scheiß Fickding. Gut, dass ich gesagt habe, das ist kein vollständiges Let's Play, was ich hier bis zum Ende durchziehen werde. Wenn ich es nicht mehr schaffe. Alter, gleich mache ich aus, wer den Scheiß hier. Fuck off, ey. Da musst du auch anders gehen. Oh Gott, ja, Lenk, bloß nicht zu früh. Ja, du wirst wieder getroffen. Wie soll das denn funktionieren, ey? Ja, Gott im Himmel, ey. Hä? Komm, ey. Leck mir den Schwanz, ey. Jetzt wird das Video wieder nicht freigegeben, weil das keine werbefreundlichen Dinger sind hier im Video. Ach, das ist so ein unnormaler Spiel, ey. Weißt du, der Gedanke dahinter... Ist ja ein schöner. Aber es ist so dermaßen schwierig. Ach, komm, ey. Mann, noch gute. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier fast zwölf Minuten nur an dem Level hier dran hänge, ja. Ficken im Arsch, ey. Mann! Halte ich mir auch nicht zurück mit meiner Aussprache, ey. Boah, Fick. Also... Du hast halt nicht monetarisiert, das Video. Wie soll das denn gehen, ey? Das ist so hammer, ey. Tut schon wieder in der Seele schon wieder weh, ey. Sowas hier zu spielen, ey. Das ist schon wieder für mich hier aufregiger Punkt hoch drei, ey. So ein... Mann! 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 Musik ist aber cool, aber muss ich sagen. Unnormale, ey. Oh Gott. Dann springt er da raus. Jetzt bin ich schon wieder in der Scheißstelle, ey. Weißt du, du blödes Fick-Ding da unten, ey. Kannst du nicht selber aufpassen auf dich? Nee, kann ich nicht! Oh! Äh. Nächstes Level. Das war jetzt noch einfacher, ja? Das war noch ein bisschen noch. Ja, du kannst mal machen. Hä? What? Spring doch! Alter, okay. Äh. Äh. Spreng bitte hoch. Hä? Hä? Wie soll das denn gehen? Ach komm. Kein Bock mehr jetzt grad. Scheiße. Fuck ey. Weißt du, dann ist die Hand wieder okay, jetzt schläft die Hand der Finger ein ey. Ist doch scheiße. Mann. Ficken. Oh Gott, das ist einfach das Spiel ey. Das ist auch so ein Hass und Liebe ey. So ein richtiges so, boah, ich geh mir hier auf den Piss ey. Aber man möchte es irgendwie schaffen, ja. Man möchte es einfach. Na gut. Dann machen wir erstmal Boyskin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Superbit Mall. Mal gucken, ob ich es dann schaffe. Tja, Hammer ey. Scheiße, die Wandern ey. Kannst ruhig bleiben. Also, bis Ende. Haut rein. Tschüss.